. Natrsch Isers darfje. Bei dir erscheint immer die Sonne an. Die Leute grüssen einander. Deine Hygiene ist auch wunderschön. Bei dir geht die Post ab. Vor 1000 Jahren erwähnte man dich das erste Mal schriftlich erwähnt. Deine Geschichte ist zwar viel älter, aber dank dem König Rudolf, man hat ihm der Fühle gesagt, wissen wir, dass es dich mindestens schon so lange gibt. Brigg, Glies, Riedbrigg, Ganter, Darmo, Simplondorf, Briggerbad, Äckerberg, Mund und Fischberterbenen haben zu dir gekehrt. Ja, sogar der Bischof hat hier gewohnt. 500 Jahre lang waren wir Natischer der Mittelpunkt des Oberwallis, haben Karl geschreckt und unsere Region gestaltet. Aber irgendetwas ist genug. Wir haben nicht mehr mehr gehen und haben anderen den Vortrag gelassen. Wir sind ein kleiner Bruder, Brigg, ist immer wichtiger und wichtiger gekommen. Ich bin sogar hier in Brigg. Denn hier in Brigg. Da siehst du vis-à-vis das allerschönste Dörf, was gibt. Und was hat Natersch gemacht? Wir haben unsere Dörf und unsere Parkung genossen. Beim Skifahren. Beim Wandern. Beim Schafern. Beim Fasnachten. Beim Beizenkir. Beim Schatten. Am Adventsmarkt. Und weil viele andere Leute es auch so schön wollte haben, ist das Dörf immer mehr gewachsen. Mund und Birgisch wollten auch zu Natersch gehen und wir natürlich auch zu ihnen. Und heute sind es auf einmal schon über 10'000 Leute, die hier wohnen. Natersch. Du bist die Gemeinde voller Gegensätze. Du bist das Dorf für jung und alt. Du bist Heimat. Und du bist Erfolg. Natersch. Du bist der Ort, was zu wenig und gleichzeitig zu viele Parkplätze gibt. In den letzten Jahren mussten wir aber merken, dass es mit der Welt bergab geht. Und darum wird es jetzt so Zeit, dass wir das Rüder in die Hand nehmen. Genau 10'000 Jahre nachdem, dass wir das Rüder schon mal von Rudolf und Fülo übernommen haben. Denn bei dir, Natersch, scheint immer die Sonne an. Die Leute grüssen den Anzen. Deine Hygiene so wunderschön. Und hier bei dir geht die Post ab. Deine Hygiene so wunderschön.